Ich darf Ihnen die Herren vorspielen, ich starte die Nummer 70, Uwe Rader, über 50, ich starte die Nummer 45, Peter Mespo, und in der Männerklasse die Startnummer 49, Sven Mayer. Wir starten Nummer 45 und 49, wir wechseln mal die Plätze. So, ich hoffe, es hat jeder gestanden, hier sind drei deutsche Meister, wir machen aber das schon als Gesamtsieger schlecht, okay? Wollen wir auf Schluss die Nummer machen? Wertungsrunde 1, eine Vierteldreiebung nach rechts, bitte. Schön, Svenny! Mit dem Rücken zur Jury. Pass auf, pass auf der Rücken. Au, 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 au. Zeig die Wade. Gib Gummis. Slat raus. Slat raus. Svenny, schön. Lungs drin. Holt raus das Ding. Eine Vierteldrehung. Holt raus das Ding. Ho, 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 ho. So, mit viel Beifall könnt ihr hinter die Bühne drehen. Danke, ihr wart.